Die besten GTR-Memes, vamos! Was haben die alle mit der Hand im Gesicht? Auch Harper's Bazaar! So ein Meierskopfbewegung auf Heidi, so ein Spiel-like. Fotos von den Schoen Grafen, die schon ganz Hollywood geshootet haben. Heidi, ich weiß nicht, warum die alle die Hand ins Gesicht nehmen wollen. Auch Heidi und Lady, period. Kameramann, stell dich zeitlich hin. Kerstin, frontal! Frontal soll sie stehen! Alle Jahre nieder Harper's Bazaar-Shooting. Alle anderen Locations, Wüste! Und auch ganz wichtig bei der Harper's Bazaar, nicht zu viel posen. Jedes Jahr das Gleiche! Heidi, das Chancen-GTM 2023 zu werden. So gut, so Maya, absolute Gemünderin. Wir wissen alle, wie Annias Cover ausgesehen hätte. Wirklich eins zu eins, Kerstin Schneider während der Dragshow. So Maya, die Art von Person, die dich kurz bevor du einschleifst, schläfst du schon, fragt.